Stilopadas, guten Tag! Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute zu sich sagen können, ich brauche mich nicht unbedingt jeden Tag zur Meditation zu setzen, wenn mir das nicht liegt. Aber ich kann mir jeden Tag zumindest ein paar Mal für 10 Sekunden bewusst machen, dass ich nicht die Lebenskraft bin, sondern dass die Lebenskraft durch mich fließt. Am besten stelle ich mir beim Ausatmen vor, dass mich Lebensenergie durchfließt, als Licht, von Kopf bis Fuß. Diese einfache Übung kann ich mehrmals am Tag durchführen und sie wird mir helfen, Stress erst gar nicht groß aufkommen zu lassen. Ich übe also heute, ich lasse beim Ausatmen meine Lebensenergie bewusst von Kopf bis Fuß durch mich fließen. Tschüss, bis morgen! Tschüss, bis morgen!